Skill Special Force 2, es geht mal wieder weiter, mein Vorrat an Videos war erstmal weg, so wie ich weg war und jetzt bin ich wieder da und dachte mir, ich schau wieder rein, denn... Also ich weiß nicht, wie ich das zuerst sagen soll. Es war geplant, ich hab so ein Spiel gesucht, dass ich mal in der Vergangenheit gezockt hab, wo ich mich auskenne, wo ich einen Account habe und so, dass ich... In meiner Zeit, wo ich weg war, ich war zwei Wochen in Südafrika und... Oh, okay. Okay, so, dass ich in der Zeit einfach ein bisschen was vorproduzieren kann und in dem Shooter geht das ganz einfach, ich hab auch schon länger keinen Shooter mehr gezockt, hatte richtig Bock drauf und kam dann so zurück und dachte jetzt, okay, Moment, Schilling, zieh dich warm an, die werden alle schreiben, ey, was bist du für ein Noob, hör auf, Shooter hochzuladen und du kannst ja mal gar nichts und genau, bleib lieber bei deinen MMORPGs und so weiter und so fort. Aber überraschenderweise haben sogar die Leute gefragt, hey, machst du einen Clan und so, kannst du mich einladen und sowas in der Art. Also genau das Gegenteil von dem, was ich befürchtet habe. So, natürlich, das eine oder andere war dabei. So, und jetzt, keine Ahnung, bin ich hin und her gerissen, zock einfach mal ein Ründchen und eine Sache, ich habe jetzt wieder so viele neue Freunde auf der Freundesliste, also ich habe die noch nicht angenommen, weil irgendwie funktioniert gerade das, da steht das Nachrichtensystem. Nachrichtensystem, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, sorry, dass ich, was mache ich denn hier gerade, muss ein bisschen rumlaufen, aber ich kenne diese Karte nicht, die heißt Basecamp oder so. Scheint auch neu zu sein oder zumindest damals hatte ich sie noch nicht. So, und Moment, wo war ich, wow, wow, bitte nicht, jetzt kommen zwei, Leute, jetzt kommen zwei hier. Und dachte mir, ja, äh, genau, nein, was ich sagen wollte, sorry, so viele neue Leute und die wissen alle wieder, dass ich zocke, die wissen, wie ich heiße und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass man mich auch hier stalken kann, wie, keine Ahnung, wer sich noch an die alten Zeiten erinnert, Brickforce, da gab es eine Funktion, wenn man, man musste nicht mal jemanden auf der Freundesliste haben, beziehungsweise man, ich musste nicht erst akzeptieren. Okay, einfach Rechtsklick auf den Namen, Raum beitreten, das heißt, jeder konnte mir folgen, so ganz einfach, ohne dass ich das wollte und da waren dann immer Leute dabei, die nur mir folgen wollten, die mich jetzt, also nicht so wie hier, das sind Randoms, die kennen mich alle nicht und die killen den, der gerade da steht. Aber da gab es eben dann Leute, die, sagen wir jetzt mal, wussten, okay, der hat die rote Waffe, ich suche nur den, Moment, oh nein, bitte nicht, ich suche nur den mit der roten Waffe und die haben, oh, ja, was ist denn los mit mir? Aha, 7-0-1 und die haben permanent nur mich gekillt und es hat einfach genervt, die haben dann Dinge gemacht, die einfach nicht lustig waren, also so wie jeder jeden Spieler nerven könnte, wenn er es denn wollen würde, nur als Beispiel, da sind dann, sagen wir mal, fünf Leute reingejoint, die haben sich alle gegenseitig nicht gekillt und sind nur auf mich gegangen, es war nicht mehr so lustig. Alter, lustig sozusagen, ja, und ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, das muss ich noch ansehen, jetzt, aktuell zumindest, habe ich hier noch niemanden gesehen, der mich irgendwie angeschrieben hat oder genervt hat und ich denke auch mal, wow, ich denke auch mal, wir alle sind älter geworden und ich hoffe, dass da niemand mehr Bock auf sowas hat. Wow, nein, oh, was war das? Das war dieser Brand, wow, ich bin froh, dass die nicht so eine große Reichweite haben, ansonsten, wow, hallo mein Freund. Genau, also, und habe mir gedacht, eventuell einfach, wie wäre es mit so einem Wochenendformat oder so, oder so zwei feste Tage, wo das kommt, nicht zu viel. Ihr wisst, wir alle wissen, ich bin nicht so der Shooter, aber habe trotzdem hin und wieder mal Lust auf einen und, ja, vielleicht mal schauen, zumindest jetzt, solange ich noch diese netten Waffen habe, habe ich jetzt eine neue geöffnet, das ist die Rote Farmers Pro League, die man auch gratis bei diesem Event bekommen hat, bei diesem ESL-Promo. Oh, gibt es auch Durchschüsse hier? Oh, bei diesem ESL-Promo hast du nicht gesehen, Dingens. So, und davon habe ich noch einige Waffen, schade, der war am Anfang immun. Und zumindest mit denen in den Anfänger-Lobbys oder in den richtigen Lobbys kann ich ab und zu sogar positiv sein. Und dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Ich weiß nie, wo ich hier langlaufen soll. Vor allem, die können von jeder Seite aus kommen. Hier kann er kommen, hier oben habe ich schon einen gesehen. So, mal schauen. Den hier vielleicht. Nö, das war mal nichts mit der Granate. Ja, und weil ich Brickfoss erwähnt habe, das wird auch immer und immer und immer wieder gefragt, aber keiner, kaum mehr jemand, den ich von damals so kenne, spielt das noch. Ich weiß nicht, die sind zwar dann jetzt, die sind zwar dann jetzt auch so auf Steam und sogar, wo man irgendwie bezahlen muss auf Steam, so eine, wie soll ich sagen, Pay-to-Play-Version. Nur, wenn ich da mal wieder anfange, dann wollen die Leute, dass ich noch mehr mache. Und ich glaube, ich weiß nicht. Ich bin jetzt eher so zu Shootern gekommen wie Skill und anderen. Brickfoss war zwar echt, das kann ich nicht bestreiten, eine geniale Zeit für mich so, um den Einstieg in das Genre zu finden. Ja, aber irgendwie, es war noch so, wie ich eben vorher erwähnt habe, die Leute so. So, dieses, boah, boah, dankeschön, Mr. Gotyou, du hast mir das Leben gerettet. Die Leute, die einem das Leben zur Hölle gemacht haben, die irgendwie die Granate in der, die sind so, hatten die, ich habe jetzt keine Granate, aber hatten die Granate. Von wo, Mann? Ach so. Ach, hier kann man ja vom Spawn oben rund, oh Mann, ich bin dumm. Ja genau, und die hatten die Granate so in der Hand, haben die einfach gezündet und sind zu mir gelaufen mit dem Respawn-Schutz noch und haben mich gekillt und sich selbst in die Luft gejagt. Da war das Ziel einfach nur noch, mich zu nerven und das war nicht gerade Knorke. Ja, wie auch immer. Sorry, ich habe gesehen, das war noch recht kurz, deshalb gibt es da natürlich direkt auch noch eine Runde. In derselben Lobby geht es weiter. Der hat jetzt leider die Karte gewechselt, die heißt hier Mogadishu. Keine Ahnung, und die kenne ich auch nicht. Mann. Es gibt zumindest eine Karte. Naja, mal schauen, die wollen alle 8 vs. 8. Reicht doch hier, das ist 6 vs. 6, glaube ich. Was steht hier? Way away from a foolish politician. Okay. Wow. Vielleicht stelle ich mich hier gerade als... Nein! Ah, der hat noch einen Treffer kassiert. Als irgendwie Geschichts-Noob da. Ist Mogadishu irgendwie so... So ein Ort, an dem ein berühmter Krieg stattgefunden hat. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall einen Sniper-Schuss gehört und möchte mal das Weite suchen, wenn ich wüsste, wo. Ja, also ich denke so... Einmal am Wochenende, vielleicht... Vielleicht zweimal. Skill. Regelmäßig zu so einem festen... Ach, das war der. Zu so einem festen Format. Könnte ich mir vorstellen. Würde mir Spaß machen. Ist nicht zu viel. Auch nicht allzu... Wenig. Nein. Komm. Jo. Weitschuss, Kopfschuss. Und der Kopfschuss war natürlich der letzte Treffer. Hätte der nicht... Und da hat irgendjemand noch eine Granate auf seine Leiche geworfen. So. Ich raff die Karte leider noch immer nicht. Ich weiß nicht, kann man hier zum Beispiel rauf oder... Wo kann ich hier hinlaufen? Hier. Ach so, Moment mal. Ach, die sind nur... Wir sind... Eins, zwei, drei. Ba, 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 ba. Aber... Ich hab doch hier Schritte gehört. Waren die hier draußen? Was sind denn diese kleinen Stotterer immer? Das... Nervt mich aber richtig. Ich... Ich muss, glaube ich, Forcekill echt immer... Oh, oh. Nein, hier oben nicht. Wow, wow, wow. Forcekill echt immer... Im Taskmanager. Alles schließen. Ich hab nur noch neun Schüsse. Na toll. Na, sehr fein. Ich weiß... Könnte mir das mal jemand sagen, ob das bei anderen auch so ist? Oder ob ich irgendwas in der Grafik umstellen muss? Diese kleinen Stotterer ab und zu. Die... Das ist mir so aufgefallen, wie ich die anderen Videos angesehen habe. Keine Ahnung. Wie kann ich die fixen? Haben die noch mehr Leute? Ich hab ein bisschen gegoogelt. Die haben mehr Leute. Aber das kann doch nicht sein. Das ist ein Competitive Shooter. Da darf es sowas normalerweise nicht geben. Und... Wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, ich hab mir einen neuen PC geholt vor ein paar Wochen. Und der kann... Sogar auf noch einer Auflösung höher ganz andere Games, die viel mehr fressen, problemlos in 60 FPS laufen lassen. Von daher... Keine Ahnung, was da los ist. So, und ich raff die Karte noch immer nicht ganz... Komm, komm, komm. Nein. Nein. Ich hasse es. Alle mal ein bisschen angehittet. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Immerhin zwei Assists, hoffe ich mal. Wenn die dann mal jemand killt. Aber trotzdem... Was ist denn das? So, das war der erste Assist. Von... Und der zweite. Nice Sniper. Nice one. Zweimal direkt hier. Der Sniper hat's versenkt. Sehr schön. Wo zielst du hin? Wenn ich nur wüsste. Wenn... Hier, jetzt aber. Jetzt aber. Ich hab da doch was gehört. Pro Hacker, Pro. Hacker! Du bist ein Hacker. Nur deshalb hast du mich gekillt. Naja, gut. Schön langsam vielleicht... Ich lauf hier wie... Ja, die Idee hatten schon drei andere vor mir. Hier. Vielleicht hier drü... Uh, vielleicht hier drüben. Bist du noch hier? Komm schon. Bist du noch hier? Nein, bist du nicht. Hier rauf eventuell. Ah, sehr schön. Das ist mein Fenster. Ah, 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 ah. Granate vielleicht? Nein. Ah, beide nicht reingetroffen, glaube ich. Oder doch, doch, doch. Aber der war offensichtlich nicht mehr dort. Jawohl. Und schnell wieder zurück. So, und jetzt war... Ah, ganz realistische Spinnennetz. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich an der Stelle bleiben soll. Oder ob die jetzt wissen, wo ich bin. Und ob ich lieber das weitersuchen sollte. Aber damit habe ich mir wohl die Frage selbst beantwortet. Moment mal, ich war hier und der Pro-Hacker-Pro hat mich gekillt. Das heißt, es gibt Rache. Hört Ian jemand? Ja, natürlich, aber natürlich. Da wartet er direkt an, fokussiert schon auf mich. Hat er mich gehört? Gut, dann gehe ich dort doch nicht mehr hin. Was ist denn da oben los? Ich will da auch mal... Ach, wow. Erstens, mega schlechtes Aim von mir. Zweitens, wie kann ein Gegner hier stehen? In unserer Basis so ganz easy. Als ob nichts gewesen wäre. Autsch. Wie kann denn... Kann man... Hier kann man doch nicht drauf. Bei Counter-Strike geht das irgendwie so. Trick-Jumping. Da springt man auf die Köpfe der anderen drauf. Und dann kann man... Wow. Ja. Dann kann man Stellen erreichen. zu denen man ansonsten niemals kommen würde. Oh, das wäre so schön gewesen. Jetzt ein Double-Granaten. Oh, die warten da noch immer beide. Und da kommt ein Dritter. Hilfe. Ich bin hier eingesperrt vor allem. Oh, got you. I got you, got you. So. Aber ich will hier gerade nicht raus. Aber ich kann nichts anderes machen. Das ist das Ding. Okay, nochmal. Nö, die sind noch da. Pass auf. Zado... Zadoven. Hey, du... Geh zurück. Nein, bitte komm weg da. Wieso killen die den nicht? Oh, er hatte einen Kill. Wow. Das Dame. Das schneide ich raus. Okay, das schneide ich raus. Das hat hier niemand gesehen. Nö, 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 nö. Vor allem der hat 4-2-8. Und gegen den so erbärmlich. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Jo, jo, jo. Ach, kommt schon. Ich werde doch einen Durchschuss durch dieses Banner hier schaffen können. Nö. Da stellt man sich... Hier. Heilung. Realistisch. Hallo. Erste Hilfe. Mann. Granaten vielleicht. So. Nö, die waren nicht mal annähernd. Habe Angst. Egal, ich laufe hier rauf. Aber diesmal nicht mehr hier runter. Ich würde auch gerne hier ein bisschen... Wow. Wow, wow, wow. Hier ein bisschen stehen. Aber das sind gleich zwei Spieler zu sehen. Hier hast du den nicht gesehen? Der Sniper. Hier die ganze Zeit am... Und so. So, jetzt aufpassen. Genau, ich wusste noch. Der ist hier. Jawohl. Jetzt geht's wieder ab. Jetzt geht's wieder bis zum Moment. Jetzt wollte ich hier Leroy Jenkins machen und da einfach rein stürmen. Ist der mit A noch hier? Nee, ist er nicht. Ansonsten. Wow. Schneller Zoom. Und Mau... Mauerschuss? Okay, das war vielleicht durch diesen Holzpfeiler da. Jawohl. Nur leider sind jetzt die Schüsse wieder weg. Mit der Pistole. Leon. Ich mach dich fertig mit der Pistole. Nö, lieber nicht. Die kann ja gar nichts. Also, ich kann ja gar nichts mit der. Ich versuch's trotzdem. 14 Schüsse. Yo. Drei Schüsse. Elf Schüsse braucht so ein Spieler, wenn ich treffe. Nicht schlecht. Wow. Nein. Das war... Das war mal nichts. Immerhin. Jetzt wieder volle Munition. Hey, ich nähere mich der 2er KD. Was ist denn da jetzt los? Ich glaube, das ist... Yo. Damit rechnet man im Spawn, dass da jemand steht. So, ich glaube, das ist nicht mein Gameplay. Das hat mir jemand eingeschickt. Das bin definitiv... Alles klar. Alles klar. Hier stehen sogar drei. Aber das ist mal eine interessante Killcam. Wow. Jetzt weiß man Bescheid. Die sind alle hier. Leeroy. Granate vielleicht mal rein. So. Wow. Meine lieben Freunde. Haben wir einen Buff für Zweiter? Wir sind doch Erster. Was? Diesen Buff bekommt man doch nur, wenn man hinten liegt, dachte ich. Wo sind die denn jetzt alle? Da waren drei, habe ich gesehen. Drei, drei, drei. Und scheint alle down. So. Moment. Wer hat den jetzt gekillt? Meinen Buddy Zed... Wow. Meinen Buddy Zedouken. Sieben Lebenspunkte. Easy GG for the win. So. Das ist wohl eine Lieblingsstelle von einigen hier. Leute, ich habe sieben Lebenspunkte und kill euch hier alle. Ich räume euch aus dem Weg. Sogar den Hacker. Wow. Schade. Das wäre noch so schön gewesen, den zu bekommen. Der ist aber auch ganz gut dabei. Wenn nicht sogar einer der Besten aus dem Gegner... Wow. Einer der Besten aus dem Gegner-Team. Zum Glück hält der Respawn-Schutz auch an. Wow. Wenn man einen Schuss abgibt. Komm schon. Mission erfolgreich. Na gut. Das war Gameplay-technisch von meiner Sicht aus gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. Festes Format. Danke fürs Zusehen. Und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh. Oh. Oh.